ja heil willkommen mein name ist dann die olp und ich begrüße euch zurück zu let's play tels auf bärseria nicht trinken roko und ja in der letzten folge sind wir hier im klippen fahrt von pernir angekommen und hier ist irgendwo bewilds heimat und da ist eine stufe rot gegner natürlich nicht erledigen können so expedition erst mal oben dann sehe ich irgendwie wir haben nur noch sechs dinger ja also sechs mal kann ich irgendwie was kochen und das müssen wir ändern wer kocht gerade laffi sind heute haben wir in ihr stupe zwei nehmen davon aber gerade viel als um die man hat gott auf screen habe ich ein bisschen gelevelt ist stufe 41 also ein level war glaube ich und zweiter arzt gelernt aber mit welwitt mit so entfernen strom wo ist da mit roko rossi ist gut okay dann titel habe ich mit laffi setro ko und welwitz alle diese titel bekommen wo man 50 gemeisterte ausrüstung hatte nachdem ich 50 sachen gemeistert habe habe ich den titel bekommen das haben wir ja schon in der letzten folge mit einem karakter ankommen glaube ich dann hat mario noch kauf lustiger bekommen habe ich dann gemacht hat gekauft und gegenstehen ich habe noch ja okay verschiedene nehme ich an ich mache alles immer so casual irgendwie auf screen deswegen hätte ich werde ich so verschiedene sachen nehme ich mal gekauft oder so war reelle noch 150 mal gesteuert habe ich auch damit habe ich noch in der dingen wen steuere ich eigentlich gerade weil wird damit ihr habe ich noch nicht den ganz deswegen ja ich glaube das spiel denkt sich irgendwie man muss mit ihr irgendwie am meisten steuern deswegen ist ihre dritte stufe von diesem titel irgendwie mit so vielen benutzungen verbunden da sie um sich zum beispiel nur 500 mal haben und ja wenn ich und ihr 300 mal fällt ich habe dann wahrscheinlich 1000 mal oder so dass wir werden ein bisschen oft ich muss ja eigentlich nur den kampf mit ihr beginnen dann zählt das schon als benutzung und ja den forst inseln bei expedition habe ich irgendwie eine badehose gefunden gehen auch da wer wird sagen wir mal da die güte schön gut dass in jedem gebiet gibt es irgendwie badehosen zum einkassieren oder so keine ahnung aber jetzt machen wir zum weiter ich möchte die story weitermachen so in den letzten part ich mag es nicht dass wir nur an einen ort hier gebunden sind wir können irgendwo anders sehen wir können jetzt nur noch hier die gegend natschen mag ich nicht deswegen möchte ich das hier schnell wie möglich erledigen wird auch immer wir machen müssen damit wir irgendwie wieder ding ins haben ich mach mal meine tabelle kurz weg damit wir wieder ein bisschen freiraum haben uns so bewegen können und so gewesen okay so ich hab mich eigentlich nur in dem ersten gebiet hier aufgehalten so warte mal wo ich irgendwie weiter geht hätte man also auf screen machen können ich weiß aber lasst mich mal kurz wahrscheinlich kann ich jetzt werden neue sachen kaufen ne shop geld aber egal weiß ich alles auf screen machen können aber lasst mich oh ja ich habe level 9 bald welt spart armreif nächster ist okay warte mal um was geht hier wenn man trick sehen oben so habe ich mal den laden da will in tesis ist hier ja hochgelevelt ein preis nachlass jetzt krieg ich einen preis nachlass und ein unglücks wäre das neue cool weil ich das weiß war der neustand so gut alles klar ausrüstung hat noch hat angriff preis zehn prozent oder ob diese effekte nicht hier sind auch drei schatz thronen bad kann man schon wieder sagen ich muss mich ja irgendwann mal gucken dann habe ich weiter hier bin ich richtig klar ich werde mal weg schnell heraus sind desto weiter ist so schneller kann ich irgendwie nicht zu anderen gebieten wieder importen ich möchte irgendwann den punkt erreichen wo wir uns wirklich zu jedem ort hin bewegen können damit hier die ganzen stufe rot gegner die ich noch nicht erledigt habe platt machen kann einige sind ja noch in diesem strandgebiet hier wo die bosheit zum ersten ausgeboten ist und da kann ich ja nicht zurück und das stört mich und da will ich nämlich zurück und darum ist was war ich da schon ich glaube da war ja gegen die kämpfe ganz bestimmt ich habe alle zwei dinge und die man uns fertig sich gerade so eine benutzung wieder verwählt bekommen wenn ich doch da war ich schon mal da ja da ist in truhe wieder herunter ja auch wenn ich den kampf beginne dann direkt flüchtern zählt hat irgendwie auch als benutzung also ich habe dann für die ganzen wahren titel ja wieder benutzung für den charakter den ich am anfang steuer solche sachen finde ich raus sie sind mir sogar alleine aufgefallen ist doch nicht mal irgendwie im internet das wird doch diesen arm wie kann er doch locker aufmachen das war ja auch so eine barriere das wird doch alles mit dem ich bin mich nicht ist am ende ist der voller gute typ wenn wir mal alles kaputt irgendwie verheerung rost ganz die Wir haben ja eine Ruine unter Wasser gebaut. Unter Wasser. Hallo? Ja, sag ich doch. Das ist ein Schuss. Herr, sag ich doch. Ich bin ein Schuss. Ich bin ein Schuss. das ist eine anspielung auf irgendwas vor dem 2 mh ich hab so vom gesicht aus hier in der mitte da ist auch ein berühmter zaubertrag ich bin auch ein idiot ne ich habe jetzt gedacht irgendwie so eine mitte durch so ins gesicht so also ich habe natürlich wieder voll extremen ja musik aus naja okay nur kurz pausiert ich wollte schon sagen keine ahnung und zu steuern wenn irgendwie die musik irgendwie weg ist dann kriege ich irgendwie panik da ist ja mal irgendwas schlimmes passiert oder so da ist eine sehr offensichtliche sackgasse da ist eine bronze truhe dafür nehme ich den ganzen weg auf mich ich möchte irgendwie versuchen gegen diese stufe rot gegner zu kämpfen aber ich krieg wahrscheinlich voll auf die fresse ich möchte den so oder so kurz ansprechen ansprechen analysieren damit ich weiß welches level der ist wie viel ap da und so ich glaube da wird automatisch eingetragen aber sicher ist sicher wenn immer teurer und mir gehen die seelen echt aus was dann noch mal was dann noch mit anzug man ich muss ja oft gehen echt so ein paar dinger sammeln ob bist du denn stinkt hier dann der roma 57 gleich wenn ich es richtig anstelle kriege ich den schwäche feuer perfekt so was dann sagen ich habe mich noch mal eingesetzt wir haben wir gelöst ich bin matt warum nicht tot oh mein gott wie bringt du es ja nicht weil ich hätte auch nicht erwartet dass wir den schaffen aber trotzdem das ist ein bisschen zu extrem hat die abgeht weg dich doch da magie nun die schafft es auszubrechen aber wer wird hier die power braut ihr kriegt es natürlich nicht hier so ist muss ich irgendeinen normalen kampf geschaffen damit wir uns automatisch hoch ein weil ich müssen speichert da ist ein speichert punkt das ist ein speichert punkt hier gibt ja also irgendwer macht irgendwie die mich hier geleitet hat so ich freue mich warum wenn hier ist nichts mehr aus wir sind kräuter oder so aber wer schon finden irgendwann das ist morgan aber das ist doch genau da wobei ihr ganz am anfang in der ersten zweiten folge diese wildschweine gejagt haben geil neue monsters oder da kennt ihr mich noch wo ihr seid nicht hier haben wir auch gelesen jetzt mal ehrlich jedes mal wenn sie gegner betreut und sie hat dinge jetzt ja voll überpowered 719 erfahrung nicht schlecht kommen ja das ist ein eindeutiges zyklon kann jetzt waren diese mythischen lesen wenn ich auslande das ist ein feuer perfekt ja 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 jetzt so ein schlag und wenn ich den spirale auf das ist da ja 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 wir kommen ja viel erfahrung und vielleicht sollte ich ein bisschen ja die gegner bretten jeder gegner der mehr über den weg läuft ja ich will die story ich kann ja gar nicht weil mein bord gerade rausholen aber geht ja nicht mit es ist ein blöden baum finden ich vergesse gemacht einfach glück immer anders wollte ich jetzt noch sagen habe ich jetzt immer weil ich würde der story eigentlich weitermachen wollte ich sagen genau aber jetzt so verlocken sie bekommen so viel erfahrungspunkte weiß nicht guck mal bei der bahn nur drei von diesen vier und waren relativ einfach naja stimmt ja natürlich nur so eine kleine abkürzung irgendwie machen aber mal zwei zehn sekunden irgendwie nicht mehr holt da im ecke auf fünf gegner nehmen wir nicht jetzt im wachsender vorkant und geht hat also das gleiche wechselt gesehen irgendwie überhaupt nicht genug es also wenn ich sie auf das spielen würde wie hast du mir gerade 2000 abgezogen wir sind auf den armen ich habe nur den ich habe mich nach einem kampfgeruch ein was bester quatschmann tour bei uns sehr gut habe ich mit ihr alles maximal kp ja und viel verteidigen aber habe ich ihm nur eine beste gegeben nach lerngeschwindigkeit auswistung ja die richtigen gegeben weil er nichts anderes zum lernen was anstatt irgendwann anderes naja die quatschen solche ist anstatt dem immer anderes zu geben hat dem die stärker machen würde du wirst jetzt da tier und du hast jetzt mit den langgeschwindigkeit hoch wo sind denn 28 prozent sind prozent okay neue anrufe irgendwie auslösen die anderen spektakulär aufrecht schon seit ewigkeiten nicht mehr geändert haben vier dinger dann haben wir die mal platt mit unseren mächtern und was die dame oder ein könig von karten spiel verdammt also da stehe ich die eine sekunde nicht mehr kann ja eigentlich so schnell verrägten wir nach dem war sein damit haben wir eigentlich noch nichts tot ganz schön ab hier dafür sollte ich ein bisschen trainieren nach der aufnahme weil ich mal heute mal wenn ich gleich jetzt schon wieder eine halbe stunde oder so trainieren und ja gar nicht voran ich muss dann in der aufnahme machen ihr müsst das sehen ein bisschen öfter welt steuern kann ich bekämpfen ist ein schneller jahr sind und tritt und lauten perle hat das ja noch weil er meinen aufhören in die luft zu steuern ich möchte den auftreten 991 dann wäre es mal kurz von jetzt haben wir doch wieder voll viel erfahrung und ich dachte nur irgendwie geht das hier von einem schnell weiter ich wusste nicht schneller ich weiß nicht wo nach daten wie er funktioniert aufzunehmen wir brauchen keine heilung in diesem spiel es bringt du hast keine zweite wahrscheinlich hat sie eins aber ich habe schon mal einfach nicht hinkriegt hier geblieben hat er da geht schon wieder von sich an rufen aus und ferner quaz klinge schon werden viel feld spartinger stärkst weil ich im moment habe ja ne das gibt angriffskraft und das gibt schon hat aber das ding ist immer das weiter auch sie sagen warum den ich hier aktivieren muss ich habe 144 dinger nur muss ich ein bisschen ändern also jetzt habe ich noch kein einziger katastro ignoriert oder so jetzt habe ich jede die ich irgendwie gefunden habe auch direkt geöffnet ich möchte nicht den punkt erreichen wo wir irgendwie zum ersten mal eine vorbeilaufen müssen ich einfach nicht genug dinge abgab wir irgendwie voll nervtötend das ist gut wahrscheinlich wird genau das gleich passieren neu habe ich schon fokus mit damit folge wie mir das verlassen gesicht hier aus er soll ihr da bald aus dem erstteil ich habe schon wieder fahrt die japan kenntnisreiche kräuter kundige aber wenn ich schon wieder blind ja meine wieder 120 ok soll ja kein grauen titel mehr so haben wir schon alle jetzt zum beispiel noch kundige annehmen es sind keine grauen mehr da haben wir mit ihr alle titel und sich im organer welt östliche morganer welt weiß ich irgendwie so ein ort wo ich nur per geo brettin kommen weil ich weiß beutel war gibt man auch hat man auf sich die quatschen ansehen ich müsste jetzt hier ganz nach oben ob ich das schon aber nicht mein gott weil ich echt noch nicht zeit nehmen wir das alles auf der bauch der lauf voll wo ist dieser baum mit dem hier hat geobatt aktivieren kann jetzt speichert und da war mich nervös ich da war schon kurz davor sind irgendwie ein paar zu beenden sondern weil da irgendwie auch noch ein boss kommt wahrscheinlich jetzt er wird vielleicht wer wird steuern aber wir ja in ihrer heimat sind gleich also los das ist doch die vom anfang stimmt 0 gottes anbieter auf jeden fall sie nehmen wir mehr wunderschöpfe verteidigung art verteidigung schwäche feuer alles klar das stimmt ja wir haben auch gehört hat sie noch am leben ist anscheinend und irgendwie war ich da wollen das ist ein ding sein genau das war die feuer ein bisschen mehr abzunehmen gott ob ich mal konnte sich also kann ich jetzt schon mit einem seelenbrecher dingern ja ankommen ich verstehe muss ich vorher irgendwie ein seelenbrecher zwischen einem wetter oder so weit steht in der beschreibung ist wenn ja dann müsste ja noch mal weg werden jetzt mal sie gleich aus nämlich so lange da gar nicht aktiviert aber doch nicht was war ich in den anderen spielen immer so also kondomar nein ich war eigentlich ganz immer betreuen jetzt habe ich alle meine dinge ich wollte eigentlich mal nimmst kann einnetzen der zweite ich wollte es versuchen alter da will ich mit dir machen kann aber keine sehen aber jemand der problem wahrscheinlich weil die verdammte weste aufgerüstet hat weil wir eine normale kampfmusik ist mir dabei irgendwas sagen den kriegen wir noch in dem park kommen das ist vielleicht doch aber magie damit magie einsetzen weil sie nicht weil ich davon halten soll ja geblieben oh mein gott ja eigentlich am besten sehen wir uns jetzt in der vier dinge hat man kann ja nicht mehr welche dazu bekommen jetzt kriegst du keine betäubung wenn ich auf den armen jetzt muss da am meisten bauch hat so ein zauberkreis gesehen attacke ist in seinem sehen brecher ehrlich das verbann sehr gut ich weiß es war chaos hier aber ich habe noch einen überblick im moment ich glaube aber nicht ja ich glaube ich bin ja 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 namen neben der wiederfangspunkte die ernsthafte soldat in fehlkreis war jetzt erst der kampflustige skipper 80 50 dinger ja war von meister jahre dazu verfehle die ein vorteil gegen halbmenschen gepanzert und hofer und blablabla gewährt okay die rote da hat na ja 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 Das ist doch so wichtig. Sie sind auch so schön. Ich habe es nicht bei mir geschlägt. Ich habe es nicht mit den Anwärten. Ich habe es nicht mit den Anwärten. Die sind die Beleute. Das ist das, was wir gleich. Du bist mit ihr. wir können jetzt wagen wer wird zeigt emotionen wir haben noch gelernt also mehr schaden bonusschaden so viele sachen 122 nehmen man hat ein spart stiefel von jena viel mehr von diesen quarts ding an können wir irgendwas hier lernen geschwindigkeit geben hat jeder schon immerhin noch schwächere klamotten ja da so eine gute idee ist da bin ich mal gespannt wie das hier ausgehen wird so welt und so haben wir noch nicht er gibt es nicht wer wird hier irgendwie alles noch geträumt habe oder irgendwie sowas wenn wir in der nächsten folge sehen und sagen ich bin habe mich aller herzlich für zuschauen würde mich freuen wenn ihr einen leiter aber einen kommentar oder sonst hinterlassen wir dann sehen wir uns in der nächsten folge